Das ist der Verkaufsraum von der Bäckerei Sattler. Die Verkäuferinnen sind zu Kameras scheu. Versteckt sich hinter der Kundschaft, das ist voll gemein. Das Sortiment vom Sattler ist natürlich überragend. Mit der Bäckerei gehört ein ganz gemütliches Kaffee. Heute ist noch keiner da, weil wir sind eigentlich voll zu früh dran. Aber wir wollen ja noch schauen, wie die Brezen gemacht werden. Jetzt kommen wir in der Backstube. Die ist ja viel größer, als ich eigentlich gemeint habe. Ich schaue mir jetzt zu, wie die Brezen gemacht werden, gell? Ja, ja, wir werden jetzt noch durchwischen. Was jetzt in die Brezenlein als Gehmehl, Salzmehl, Weizenmehl. Jetzt kommt das Wasser rein. Das ist der Aleks. Wir haben das Wasser gekühlt. Das ist jetzt der Fressentag. Das schauen wir jetzt einmal. Die Räume werden ausprobiert. Wenn du mit Tausend machst, du bist schon drin. Jetzt kriegt man aber schon Mut, denke ich, gell? Das werden wir auch. Ich habe auch die Musik gekäht, wenn ich einen Tag nehme. Jetzt werden sie in die Spicke geteilt. Und da werden jetzt die Pressen draus gemacht. Aus jedem Kissen könnte eine Pressen werden. Das sieht man, dass das jetzt echt schon jahrelang macht. Die werden jetzt alle umgedreut. Jetzt sind die Brezen fertig. Die erste Ladung. Ja, schön. Da geht man echt gleich ab. Was machst du jetzt da mit dem großen Teig? Ein Gickerl wird so schön. Ein Gickerl wird jetzt. Die werden ausgestochen. Ja. Es wird Weihnachtsflatscher. Genau. Nichts ist ein Ding, weißt du. Ja. Ja. Du bist jetzt heute schon da herinnen? 21 Jahre. 21. 29 Jahre. Und wann hast du heute angefangen? Um halb zwei. Um halb zwei schon? 31. Und jetzt hast du dann aber Feierabend, oder? Ja. Meistens. Meistens sind die Reiche der da. Aber jetzt ist eine schöne Arbeit, wenn du das schon so lange machst. Ja. Ja. Und der Chef taucht auch. Ja. Ja, ist alles in Ordnung. Gut. Ich muss mich bei euch noch bedanken, dass ich da filmen habe dürfen. Ja. Es war jetzt wirklich nicht selbstverständlich. Gell? Für dich. Aha. Ja. Da gibt's Holz jetzt da rein. Mhm. Da wird angezogen. Dann trennt das aus und dann wird's sauber gereinigt. Wird alles sauber gemacht. Das macht's dann einmal in der Woche, oder? Ja, jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag. Ja. Du bist ja schon um zwei aufgestanden, oder? Ja, nicht. Dann hast du jetzt den Feierabend rechtlich verdient. Um halb zwei schon. Ja. Ja, toll. Ja, toll. Ja, du bist der Stammgast da hier drin, gell? Eigentlich so, ja. Der gehört zum Haus. Kommst regelmäßig zum Frühstück, oder? Nein. Der Reinhardt, der gehört zum Haus, der ist schon der Hausgeist. Das ist der Hausgeist. Willst du hier hingehen? Ja. Da haben wir ja einen schönen Stehkaffee gehabt. Willst du hier hingehen? Die erste Zeit. Da war der Anfang noch jung, da hat er noch stehen können beim Kaffee trinken. Ja, gut. Jetzt muss er sitzen. Dann möchte ich euch nicht stören, gell? Und, äh, guten Appetit. So, ja, da machen's da. Ne, ne, ne? I did it, man. Ja, am liebEM reasons, geht es weiter bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.